Mein Name ist Frank Weigand, ich bin der Vorstandsvorsitzende der RWE Power AG. Europa hat einen sehr hohen Stellenwert in der jetzigen Form, denn Europa steht für ein Miteinander. Das ist nicht nur für uns als Unternehmen wichtig. Hier bei RWE arbeiten wir länderübergreifend mit vielen Kulturen, mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern. Und darüber hinaus ist es für uns alle als private Personen wichtig, in einer freiheitlichen Zone zu leben und ganz normal in einem großen europäischen Kontext agieren zu können. Die Europawahl hat einen hohen Stellenwert, denn sie ist die Chance, dass wir alle ein Zeichen setzen, ein Zeichen für das Miteinander, ein Zeichen für den Weg und den Blick nach vorne. Und deswegen ist es wichtig, zur Wahl zu gehen, sich zu beteiligen. Das ist die Chance für uns, uns alle einzubringen. Das ist die Chance für mich, mich einzubringen. Deswegen werde ich wählen gehen. Das ist die Chance für 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 die Chance für